Das ist die Sache. So, du kannst jetzt wenigstens raufkommen. Ich dachte, hier kommt einer mit Tommy. Dachte ich auch. Aber anscheinend nicht. Wo ist denn die andere? Auch gerade losgefahren. Da ist der Bach. Also, kann ich doch da stehen, Papa. Ja, da stehen wir auch. Ganz sicher. Aber meine Knochen wird nicht umgeführt. Nein. Das willst du nicht tun, oder? Man kann jetzt mal holen. Hinter uns klebt die andere. Ich glaub, in der kann man sich setzen, Mama. Nein. Sind die beide klein? Ja. Die ist auch voller. Ja. Hat ihr auch sowas? Ist das die gleiche? Ja. Nein. Ihr habt sowas. Ich will zum Spacken. Nein, Mama. Das ist so wenig. Wenn sie oben nicht ist, weil sie ein Küchrauf ist. Ja. Ja. Da liegt es. Ja, halt. Halt. Also, die hatten nicht so ein Tralabarabarabara. So was. So ein Tralabarabarabara. Wasserfall. Die Bäume knüpft zum 1. Zum 1. Mini-Wasserfall. Meinst du den da Papa? Nein. Guck mal. Die ist gerade erst losgefahren. Ja. Ja. Warum sind das überhaupt zwei Gondeln? Wollen wir noch eine höher, Papa? Mhm. Echt denn? Ja. Okay. Wir sind höher als die Bäume. Papa. Ja. Ich weiß nicht, ob der unter uns wird. Na los. Jetzt kommt so eine Lalalalala. Das ist jetzt schaukelig. Schau! Wir fahren noch zur 2 Papa. Wir fahren noch zur 2 Papa. So. Und jetzt kommt es zu 2 Papa. Also, wir wollen noch eine Hölle, oder? Ja. Und dann kommt noch mal so ein Zweipendanerrand in Lama-Ballam-Busser. Und dann schau, dass wir mal. Wir müssen gleich wieder umgehen. Wir müssen wieder umsteigen, Papa, in die nächste. Ja, nicht? Ja. Okay. Wissen wir, guck doch. Wir haben einen grünen, Papa. Was öffnet sich denn? Was öffnet sich noch mal zwei Punkte. Danke.